Die ganze Zeit auseinandergenommen zu werden Oh wow Komm schon her du geiler Tod Warum ist es eigentlich unser Schicksal den Tod zu töten? Also anscheinend ist das unser Schicksal Weil wir wollen ja unser Schicksal finden Wird es, dass der Regen war Oh ja Also wenn ihr so ein leichtes Vielleicht leichtes Glocken an Glasscheiben hört Der Regen lässt grüßen Oh der ein bisschen verregnete Tag kann man sagen Ich mach immer den gleichen Fehler alter Kann man nicht ernst sein Der Tod ist ziemlich tödlich Das ist schon wieder alter ich bin echt nicht klug Also richtig smart bin ich nicht Also richtig smart bin ich nicht Hab ich auch noch nicht gesagt Random Facts of the day Ziemlich cooler Effekt So wie kannst du mich Wieder alter wieder Mein Gott alter RNG Wie soll denn der Shit ey Oh was mach ich denn da Was mach ich denn da Weißt du da klar ist Jetzt hab ich das einmal geschafft Und jetzt kommt der halt niemals mehr wieder hin Weil ich immer die gleichen Kackfehler mache alter Das ist aber nicht dein Ernst Ich hab die Erlaubnis jetzt mal nicht Fehler zu machen Fehler sind des Todes Oder so Des Todes Weil wir gegen Tod kämpfen Okay 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 Ach das ist doch scheiße alter Mann ey Ich kann jetzt auch mal ein nettes RNG haben finde ich Ich hab jetzt nicht lange genug rumgekämpft Mit Behinderten In der RNG hier So Einmal ey Einmal bitte Okay Ich bin mir grad nicht sicher Was ich denn noch Wie gesagt jetzt eben Einmal in die zweite Form gekommen Und jetzt geht gar nichts mehr Ja Okay 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 Oh ist das schlecht alter Kannst ja keinem antun Ja Ich bin ja auch gespannt ob es da noch eine dritte Phase gibt Eventuell Ich mein ausgeschlossen ist nichts Ich glaube es zwar nicht unerlich zu sein Aber Never say never Ja Okay Weiss nicht Errn Jesus hat mich ja nicht so gern Errn Jesus hat mich überhaupt nicht gern gerade Ja Okay 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 Oh mein Gott Bin ich dumm alter Das kannst ja keinem andere Ohne Spaß Was Weißt du Hätten wir Oder hätte ich gesagt Wir machen den Boss auch wieder nur zwei Parts So wie immer weißt du Dann hätten wir einen guten Abschluss gehabt Hätten wir so gesagt Ja Ist schön Wir haben Es geschafft Die zweite Form zu erleben Und Wuppidu Und alles ist geil Und so Bin ich jetzt richtig hart Und kann mich eigentlich nur noch blamieren Ja Was soll das Ist ja richtig traurig So So Bitte jetzt Einmal Ja Okay Dankeschön Danke Edi schon ist mega Gibt halt ab und an Gibt halt den Moment Oder weniger Wo er So weit nach oben schießt Dass er dich nicht mehr Trifft dabei Und den Moment muss man halt So ein bisschen abpassen Und dann Da nicht reinjumpen einfach Ist der ganze Trick bei der Nummer Ja Bin man halt nicht mal sicher Okay das ganze Ding ist Killt nicht Okay Das ist krass Das ist echt krass Aber nicht sicher Vielleicht nur irgendwie so Dezentrum oder so Aber nein Das kannst du doch Okay Was mach ich eigentlich mit dem heiligen Wasser da? Das hat auch noch keine Verwendung bekommen irgendwie Tänz Ich bin da Ich bin da Und schade Das ist richtig Spindy Okay Okay. Bitteschön, dummes Stück Kitt, Alter! Das ist ja nicht dein Ernst. Ja, haben wir ein zweites Mal in den Dingsipon geschafft? Ja, keine Ahnung, Alter. Es ist halt echt... Hier am Anfang ist das halt so ein bisschen Konzentration und so ein bisschen nicht scheiße sein. Insbesondere bei dem zweiten und dritten Angriff, wenn man den ersten Blitz da auch als Angriff mitzählen möchte. Aber alles, was danach kommt... Ich weiß nicht, bei dem Dingsipon muss man ein bisschen Lack haben. Und was kommt danach? Moment, die Blazer... Bei den Blazern muss man auch beim Eingang ein bisschen Konzentration haben. Das ist dann aber auch schon alles. Oh, da war ein Lack, das ist auch immer gut. Ja, im Endeffekt, du musst zweimal Energy-Lack haben und der Rest ist Konzentration. Ja, so sieht's aus. Aber... Aber... Und das Lack ist halt auch super relativ, weil... Es ist schon ziemlich krass, was spares RNG ist. Also man kann jetzt nicht sagen... Bei dem RNG hast du häufig das Problem, dass du da nicht durchkommst, als es halt nicht geht. Ne? Gibt's ja auch sowas weiter, ne? Wo da einfach gar nichts mehr geht. Piu, 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 piu. So. Na ja, Schwede. Das war wieder super knapp. Okay, okay. Oh mein Gott. Warum leckt das? Plus, nur lecks. Keine Ahnung, warum es gerade leckt. Wie gesagt, ich hab immer noch Pornorechner Nummer Uno. Hier am Start. Okay. Und der macht halt ab und an mal ganz gerne Mucken. Und dank diesem Pornorechner ist es übrigens auch relativ schwierig, Spiele zum Aufnehmen zu finden. Weil der halt echt nichts kann, dieser Rechner. Und mit nichts mach ich wirklich nichts. So, schieß mal hier hinten dann, ja. Good boy. Wo? Äh, gefällt mir nicht? Was? Wo? Was? Wollte ich da gerade dazu sagen? Jetzt mal ohne Spaß. Ich hab keine Ahnung, wo ich da hätte stehen sollen, damit ich das irgendwie... Keine Ahnung. Also außen nicht. In der Ferne, da muss ich irgendwie durchdumpen oder so. Wollte... Wollte... What the fuck, Alter. Das soll jetzt mal einer nachvollziehen können. Also ich tue es nämlich nicht. Ach, Doppelsprung. Das ist doch wohl ein Witz, Alter. Ja... Ey, wo hätte ich denn da stehen sollen oder das dodgen sollen? Das ist natürlich jetzt richtig öde, weißt du? So ein Angriff, wo du nicht weißt, wie du dodgen sollst. Und ähm... Wo du halt nur super selten hinkommst. Das ist so worst case, könnte man sagen. Das hätte passieren können. Hm... Das ist halt voll nicht cool. Das ist halt voll nicht cool. Blablabla... Ah, mein Gott. Das ist das letzte Mal, dass ich an dem Angriff gestorben bin. Glaube ich. Ohne Gewehr. Ungemerkt. Ja... Das ist halt echt ein bisschen öde, ey. Ich weiß nicht, was dieser Rechner schon wieder hat. Ob er wieder irgendein Bullshit im Hintergrund macht, wofür ich keine Ahnung habe. Zumindest nichts offensichtliches, sagen wir mal so. Aber es ist halt echt ein Job. Dieser Rechner kann echt mal zur Hölle fahren. Der ist halt mittlerweile, stirbt er halt so ganz langsam oder sicher, stirbt er halt an Altersschwäche. Das ist halt... Ein Problem, was man mal angreifen, in Angriff nehmen könnte, wenn man sowas wie ein Money hätte. Naja, vielleicht gucken wir auch noch. Vielleicht wird bald alles besser. Vielleicht auch nicht. Ich muss... So. Ich muss schon mal an. Muss doch möglich sein, ja. Einmal normalischen Angriff da zu werden. Tja. Tja. Die gehen ja straight up von... Für mich einfach nur. Okay, also die Entfernung finde ich schon gar nicht so bad. Weil ich bad bin. Oh Mann, Alter. Das ist doch... Scherz. Ich meine, der Angriff, da muss man sich halt auch ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen zumindest. Was für ein verfickter Joke, Alter. Ach, wieder habe ich Fehler gemacht. Fehler über Fehler über Fehler. Fehler über Fehler. Oh nein. Sollte halt auch nicht auf meinen zweiten Durchschirm gucken. Dafür ist der Boss ein wenig zu aktiv. Fied und ich möchte. Jetztschüss. Geist. Bist. Boah. Brauch. Reise.